Hallo Leute, schön, dass ihr wieder bei Crashmanicot4 dabei seid. Wir haben letztes Mal das letzte perfekte Ultralink geholt. Es fehlen allerdings noch zwölf Steine in Invertiert-Modus und die wollen wir uns heute holen. Ja, toxischer Tunnel, ein Ort, den ich absolut nicht vermisst habe. Ich hasse irgendwie die Pest. Schlimmster Level im ganzen Spiel. Ich glaube, du hörst mal besser auf dein Zukunfts-Echt, der weiß, wovon er spricht. Zum Glück ist Cortex eine sture Persönlichkeit. So, gleich kommt wieder meine beliebte Kammer des Schreckens. Oh, was tue ich hier? Jetzt fragt mich echt, was ich hier tue? Ich bettel um den Tod. Das tue ich. Und die Kammer des Schreckens, die wird ekelhaft, weil die gespiegelt ist und ich das nicht ganz so gewohnt bin wie die normale. So, wir haben 40, das passt. Und jetzt heißt es, hier irgendwie durch. Betonung liegt auf irgendwie. Ich sag mal so. Hier gibt es... Drei Räume, die zu machen sind und einer, der absolut unbarmärzend ist. Ich gebe mir den Wagen, dann kann ich da von dort aus springen, während die weggehen. Das ist dann einfacher. Wobei der dritte Raum auch schon sehr, sehr mies ist, wie ich finde. Aber noch machbarer als der vierte. Der vierte ist einfach nur, was sie sich dabei gedacht haben. Also bei den Räumen davor kannst du doch sagen, jo, das kriege ich irgendwie hin. Beim vierten Raum sage ich, muss man ein bisschen Glück haben, ansonsten wird das nichts. Ui, der Filter ist hier gar nicht mal so cool. Ich finde, man sieht nicht genau, wann man an der Kante steht. Ui, ui, ui. Das hätte ich vielleicht eine Tour warten sollen, aber ist gut gegangen. Noch mit null Toden im Rücken bin ich etwas mutiger. So. Wieso ist der nicht gegen das D&T geflogen? Ah, ne, 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 ne. So. Ein paar extra Touren hier. Uup. Ey, das sieht man auch nicht gut durch den Filter. Das ist aber sehr, sehr mies. Wir haben die Maske, das ist schon mal wenigstens etwas. Allerdings muss ich die durch diesen Raum retten. Sie wird im vierten Raum benötigt. Zu 100%. Da sind zwei so miese Dreckstellen drin. So, wir warten mal. So. Mit Fahrgelegenheit. Warten bis die Grille... Ah! Das war knapp. Okay, ich habe ein bisschen Glück mit den Waggons. Normalerweise mache ich ja die Ratten hier kaputt. Warum ich das gelassen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eieieieiei! Eieieiei! Eieieiei! Eieieieiei! Eieieiei! Und jetzt geht es in den Höllenraum. Ich habe meine Maske. Das ist schon mal gut. Und die brauche ich auch. So. Hier ist die erste asoziale Stelle. Und das kriege ich noch hin. So. Das TNT-Fass, was jetzt folgt. Und vor allem der Metallblock sind halt... Richtig mies. Das gefällt mir gerade nicht so, das Timing. So. Knapper, als hätte es sein müssen. Jetzt habe ich einmal meine Maske für die Stelle hier. Das ist die Hauptsache. Hä? Okay, ich stand nicht nahe genug dran. So. Ich probiere es mal trotzdem durchzukommen. Alter! Jawohl! Auch wenn ich es jetzt geschafft habe, finde ich immer noch, dass es Glück ist. Also du weißt ungefähr, aber es kommt da echt auf einen perfekten Sprung an. Machst du eine Millisekunde zu spät, ist dein Leben weg. Und das mit dem harten Weg bis hierhin in Kombination ist halt echt mies. Hallo? Hallo! Ich bin durch den Raum ohne zu sterben durch. Ich darf mir morgen nicht zu früh aufreißen. Der Raum ist noch nicht zu Ende. Im normalen Level bin ich hier auch gestorben. Zwar war das vollkommen unnötig, weil ich einen Panik-Sprung gemacht habe, aber yes! Wir sind durch den Raum durch. Und selbst wenn ich jetzt 10.000 Mal sterbe, ich werde den Level zu Ende spielen und dann einfach nochmal machen. Aber dann muss ich zumindest in den Raum nicht mehr rein. Das heißt, den werde ich nie mehr wiedersehen. Gott sei Dank! Also in diesem Run jedenfalls. Das war nicht so cool, aber der Sprung ist eigentlich noch easy machbar. Und mein größter Vorteil ist, ich habe die Maske nicht verloren. Mal gucken, wie lange ich sie halten kann. Aber das wird mir jetzt ein bisschen helfen. Trotzdem nicht übermutig werden. Wir haben 121. Das sollte passen. So. Wir warten, bis das Ding wiederkommt. So. Da können wir unten runter. Gucken wir mal nach rechts. Sie geht ja also weg. Das heißt, wir können da hin. Und zack. Vor allem hier bei diesen Hochofen-Dingern, da kann die Maske vom Vorteil jetzt sein. Aber dann kann ich auch mal bewusst einmal stehen bleiben und muss keinen Risikosprung machen. Und lass mich dann einfach treffen. So. Wir haben 135. Ah, okay. Da hätte ich losspringen können. Oh, shit. Einfach hier auf dem Rand bleiben. Ich wollte eigentlich gar nicht losrennen. So. So. Da warten wir lieber einmal. Verzieh dich. Oh, ich habe eine Kiste kaputt gemacht. Gar nicht schlecht. Oh nein, das ist schlecht. Das ist die hier, ne? Ja. Normalerweise kannst du die Kiste nämlich so als Sprungbrett nutzen. Jetzt habe ich die Maske dadurch halt verballert. Dann war es ja gut, dass ich sie behalten habe. Verzieh dich. So. Und Checkpoint. 142. Ich meine... ...dass das passt noch. Und ja. Oh, das war dieser Drecksbonus. Damit warten wir mal noch ein bisschen. Ich hasse diese Passage. Ja gut, dann wäre die Maske hier so oder so weg gewesen. Wieso mache ich mir das eigentlich so schwer? Ja. Ich kann doch einfach hier lang. So. Der Wumpa... ...ding da unten kam ich mal. So, dann müssen wir noch ein paar Kistchen holen, die ich ausgelassen habe. Ah, Moment. Arschbombe. Dann machen wir das kaputt. Das wären alle Kistchen. Das wären alle Kistchen. Hier kein Blödsinn machen und dagegen docken. Und dann passt das. 186. Und der zweite Edelstein ist da. Und was noch viel wichtiger ist... ...ein Check... ...obwohl wir Checkpoint wären, wäre ja automatisch gewesen. So, wir seien zu mir mal ein bisschen hier die Ratten. Das macht uns das Weiterkommen einfacher. Und Akku ist wieder zurück. Sehr, sehr gut. Gut. So. Da hoch. Oh, das war knapp, aber hat funktioniert. Und unten war noch eine. Plus zahlreiche Wumpas, beziehungsweise jetzt sind es Trauben. Wir haben hier 210. Sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Checkpoint. Das müssen dann 211 sein. Was soll das? Das ist ein Treffer. Weil ich nicht da richtig davor stehe, oder was? Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die Kiste treffe ich. Ich wurde jetzt zwar nicht von TNT gehittet, aber... ...die Hitbox da, die ist mehr als strange. So, wir müssen jetzt einen kleinen Abstecher nach rechts machen. Weil, da sieht man es schon. Da ist der versteckte Edelstein in invertiert Level. Ich bin aus Versehen da drunter gedockt, aber es ist gut gegangen. Was muss ich tun, um mich zu überzeugen? Name der Mutter, du Scherre. Wer ist das Haustier? Ein Stein mit Kullerraum. Lieblingsessenten. So, 225. Die Mutter, bitte extra. Und wir hatten den dritten Edelstein schon. Okay. Ändere das Passwort für meinen Tag. Zum Glück hatte ich die Maske. Das war unnötig. Das war... Habe ich irgendwas gesagt? Viel zu spät eben gesprungen. Wer mir das in Relikt ran passiert, ich wäre so ausgerastet. Das sage ich euch. Weil das richtig dumm war. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich mache es spannender, als es sein muss. Ja, die Passage ist aber auch dreckig. Das muss man einfach so sagen. So. Ich bin dagegen geknallt. Das war knapp. Nein. Den Jump wollte ich nicht. Verzieh dich. Sehr gut. Sehr gut. Ich muss hier nicht normal spielen. Die Angst hatte ich nämlich, dass es mehr als drei Fans werden. Das ist nicht sehr gut. Dafür, dass das Toxische Tunnel war, ne? Vor allem durch den Dingsbereich so sauber durchgekommen. Durch die Todeskammer. Okay. Ja, Burkortex. Letzter Level. Bevor es zum Final Boss geht. Ich hoffe, er klappt ähnlich gut wie Toxische Tunnel. Wobei alle Kisten hier ja nicht so das Problem darstellen. Und dann spielen wir das Level in Notfall zweimal. Das war fast sehr, sehr dumm. Das war fast der erste Fail gewesen. Ich habe den Level so oft gespielt. In normalen Modus. Dann sollte das Tier doch jetzt auch funktionieren, ne? Es ist zwar gespiegelt, aber es ist halt das Gleiche. Ne. Ne. Oh, zack. Bleib mal hoch. Uiuiuiui. Kannst du dich auch von Acker machen? Und du bitte auch. Zack, zack. Da warten wir mal ein bisschen. Und bumm. 24. 24. Passt. Okay, hoch. Dadurch, dass ich in normalen Modus diesen Level so oft gespielt habe, ist der Bonus auch so ins Blut übergegangen. Ne. Mann. So. Das war knapp, aber hat noch gepasst. Zack. Und bumm. 39. Passt. So. Hier muss ich mich jetzt einfach nach links stellen. Ist ja gespiegelt. Und dann Beeilung! Und nicht gegen den Fertzer. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen achten. Hier gibt es nicht den versteckten Edelstein. Auch wieder sehr mies. Ah, scheiße. Ich bin zu tief gesprungen. Ärgerlich. Der ist da halt ganz oben. Und man muss einen perfekten Sprung machen. So, ich habe ihn. Ich habe es eben ein bisschen zu spät gemacht. Hoffentlich komme ich übers... Nee, Tor rüber. Es sind jetzt halt zwei Tode. Du musst halt dafür ihn kaufen. Du kommst da rüber, aber der Sprung war wieder kacke. Jetzt habe ich nur noch einen Joker frei für das Finale des Levels. Ich hoffe, es wird was. Aber wie gesagt, den Notfall spielen wir einfach nochmal. Was? War das für ein dummer Tod. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da verweide und nicht weitermache. Die Kiste geht ja sowieso hoch. Ich könnte mich darüber jetzt schon wieder so pausenlos aufregen, ne? Hier. Hier geht doch sowieso hoch. Warum mache ich nicht... Warum? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Warum tue ich das? Und dann haben wir den Chatpoint. Naja, das muss jetzt halt... Sitzen. Macht keinen Blödsinn, Sven. Naja, ich brauche den Nervenkitzel. Anders geht es ja nicht, ne? Seid ihr auch nicht anders gewohnt. Ohne Nervenkitzel geht es halt nicht. Macht die Sache auch ein bisschen spannender. Uiuiuiuiui. Da war das Timing nicht ganz wichtig, aber hat noch gepasst. Ich bin so froh, dass man das TNT nicht braucht, um nochmal in diese Kisten zu kommen. 130, passt. So. Konzentration. Jetzt gilt's. So, 132, passt drauf. So, hier machen wir wieder unseren Trick. Umspielen die Maske. Und so. Wenn man den Edelstein da drüber nicht holen muss, ist es auch ein bisschen einfacher. So, aber jetzt kommt's wieder drauf an. Jawohl. 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 Jawoll! Diesmal kein Daumenknoten. Und da ist der letzte Edelstein, Leute! So! 100% Fortschritt erreicht, obwohl man den Endbox noch nicht besiegt hat. Du hast es geschafft, 100% abgeschlossen. Damit hast du ein Bonus-Ende, Feigstein. Öffne die Galerie, um es dir anzusehen. Ja, schön. So. Schöne 100% für das Cordes besiegen. Werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was bekommen. Es gibt noch, man kann bis zu 106% machen. Dafür muss man hier diese Speedrun-Challenges machen. Das werde ich nicht tun. Das ist eine Tortur. Und ja. Jedenfalls, wenn man dabei kommentieren muss. Ich kenne das noch von Crash Bandicoot 1, 2 und 3. Da habe ich das nämlich getan. Das ist ziemlich hart. Ah ja, Leute. Dann machen wir nächstes Mal noch Cortex-Blatt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.